Komm Norbert, zeig jetzt doch endlich den Satz. Komm, da ist gar nichts dabei. Gut, also ich schaffe ja wirklich viel. Aber es ist wirklich so viel passiert, ich könnte wirklich Hilfe brauchen. Schön, dass du fragst. Wir helfen da doch immer gern. Also, hört auch ihr rein zur neuen Ausgabe von Salzburg After Hour, der Podcast. Dieses Mal mit Semano Götzschü und Tanja Keidenhuber. Und wie immer mit Norbert Pani. Also, wir hören uns dann. Salzburg After Hour, der neue Podcast auf der Radiofabrik und dem Programm von FS1.